Hey, Koran, bleib mit deiner Stunde am lieben Weg! Koran, in die Winde! Hey, jetzt hittst du mein Haare! Wir haben uns die Woche gesagt, es gibt einen Fight hier. Wir wollen den Fight annehmen. Haben wir gemacht. Wir haben jetzt das sechste Spiel hintereinander ohne Niederlage. Geile Sache. Jetzt brettern wir uns gewaltig einen rein. Und dann bereiten wir uns nächste Woche vor, dass wir die Vorrunde noch einigermaßen retten. Noch mal mit uns allen Schwungen nächste Woche. Das ist jetzt auch so. Meike? Es gibt gar nichts zu sagen. Training wird mir nachher noch bekannt. Ich will trotzdem einen noch mal jetzt hier im Breisau nach dem Spiel hervorheben. Hensinger, das, was du da hinten links abzogen hast, das war nicht mehr von dieser Pelle. Schiene! Richtig als Schmelle! Richtig geile Spiel da links außen. Und wie gesagt, bei der entscheidenden Situation, hier den Ballcup, 60 Meter Sprint, Flanke, Kopfball, Tor. Wir sind dringend tschau. Und jetzt singen wir noch ein Ja der TSV und dann Derby Sieger. Ist ja klar. Da hatten wir 따ief einen vist. Ohhhh, ohhhh, ohhhh. Ohhhh, ohhhhh! Ohhhhhhhh, ohhhh, ohhhh. Ohhhh, 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 ohhhh. Jaaaa, TSV! Döbbleesieger, Döbbleesieger.. Döbbleesieger Döbbleesieger, hey! Döbbleesieger Dööl